Heute sprechen wir über den Bau des Fährschiffes Prinz Hamlet für die Prinzenlinien. Am 10. Mai 1972 wurde bei der Rendsburger Werft Nobiskrug ein neues Fährschiff für die Prinzenlinie in Auftrag gegeben. Diese Reederei verkehrte auf der Linie Hamburg Heritage, deren Fahrzeit 21 Stunden betrug. Fast 40 Millionen D-Mark kostete das Schiff. Über eine Tochtergesellschaft bot die Hamburgische Landesbank Beteiligungen von 5000 Mark aufwärts an. Beworben wurde das Ganze unter dem Schiffsnamen Prinz Malcolm. Die Kiehlegung der Prinz Hamlet mit der Baunummer S679 fand am 15. November des gleichen Jahres statt. Der Stapellauf am 26. Mai 1973. Die Hauptabmessungen betrugen 118,70 Meter Länge, 18,26 Meter Breite, 5 Meter Tiefgang und 5829 Bruttoregistertonnen. Im Prinzip basierte dieses neue Schiff auf zwei anderen Fähren, die Nobiskrug abgeliefert hatte, nämlich auf der Fähre Prinz Bertil, die 1964 in Dienst gestellt wurde, und auf der Innisfollen aus dem Jahre 1969. Wobei die Innisfollen wiederum auf dem Prinz Bertil-Entwurf basierte. Der zu bauende Rumpf der Baunummer S679 wurde seiner Konzeption nach aus den Linien dieses Schiffes weiterentwickelt. Die Grundform mit einer Länge zwischen den Loten von 100 Metern wurde für die 1969 in Dienst gestellte Fähre Innisfollen erstmals um 7,80 Meter verlängert, um den Einbau einer Flossenstabilisierungsanlage möglich zu machen. Um die Forderung der Reederei nach einer maximalen Anzahl von Bettenplätzen für Passagiere zu erfüllen, von denen mehr als die Hälfte in Kabinen mit dazugehörigen Duschen sein sollten, musste ein weiteres Deck hinzugefügt werden. Um größere Deckenhöhen zu gewährleisten, wurden aufgrund von Vorschriften, Reedereiauflagen und baulichen Maßnahmen die Decks zum Teil erheblich angehoben. All diese Maßnahmen führten zu einer entsprechenden Zunahme des Schiffsgewichts, sodass mit der erforderlichen Erhöhung der Ladekapazität auch der Tiefgang zunahm. Damit einher gingen Veränderungen im hydrodynamischen Bereich. So musste eine neue Bugwulstform entworfen werden, die den größeren Tiefgang und die veränderten Geschwindigkeiten berücksichtigte. Außerdem wurde eine schwingelastische Stevenrohr-Konstruktion nach Professor Grimm eingebaut, die für eine Minderung der Drehmomentschwankungen an den Propellern und deren Übertragung auf den Schiffskörper sorgte und sogar noch zu einem Propulsionsgewinn führte. Oftmals wird gerade von Schiffsinteressierten gefragt, was denn genau ein Wulstbug bringen würde. Am Beispiel der von Nobis Krug gebauten Fähren lässt sich das anschaulich erläutern. So führte die Form des Wulstbuges der Prinz Bertil zu einer Widerstandsminderung von etwa 9% gegenüber einem normalen Graden vor Steven. Einige Jahre später, als dann die auf Grundlage der Pläne der Prinz Bertil entwickelte Innisfollen gebaut wurde, kam man durch Modifikationen am Wulst zu etwa 5% weniger Widerstand. Der Neubau Prinz Hamlet nun, wir erinnern uns, hier hatte man es mit veränderten Formwerten durch Verbreiterung und Tiefgangsvergrößerung zu tun, erhielt einen optimierten Kantenwulst. Dieser erbrachte, bezogen auf die Vertragsgeschwindigkeit von 22,2 Knoten, eine Widerstandsreduktion von ca. 20% gegenüber der Hohlwulstform der Innisfollen, im Geschwindigkeitsbereich um 21 Knoten, sogar eine Verbesserung von ca. 4%. Die theoretischen Berechnungen des Schiffes für die Intakt- und Leckstabilität wurden vom Dänischen Schiffforschungsinstitut in Lingby bei Kopenhagen durchgeführt und vom germanischen Lloyd geprüft. Diese Untersuchungen erbrachten gute Ergebnisse in Bezug auf die See-Eigenschaften des Schiffes, was sich später im regulären Dienst bestätigte. Insgesamt 13 wasserdichte Querschotten unterteilten den Schiffskörper in 12 wasserdichte Abteilungen. Es wurden Leckstabilitätsuntersuchungen für Flutungen entsprechend dem Zwei-Abteilungscharakter des Schiffes erstellt. All diese Werte basierten auf Solas 1960, doch die Forderungen der Deutschen Seeberufsgenossenschaft, SeeBG, gingen darüber hinaus, denn das Schiff sollte später die deutsche Flagge erhalten. So spielte beispielsweise das sogenannte Passagiermoment eine Rolle, das eine Schwerpunktverlagerung um 10% der Schiffsbreite für die Passagiere berücksichtigte. Der Schiffskörper, bestehend aus deutschem Schiffbaustahl, wurde in vollkommener Schweißung erstellt, lediglich im Bereich des Magnetkompasses griff man zu Leichtmetall. Ein Doppelboden erstreckte sich fast über die gesamte Schiffslänge und ging im vorderen Bereich über in einen Frischwassertank und schließlich einen Trimmtank. Zwischen beiden Tanks befand sich ein Quertunnel für das Querstrahlruder mit einem Durchmesser von 2 Metern. Hier schloss der vordere Halbkreis scharfkantig mit der Außenhaut ab, während der hintere Teil über eine Strömungsmulde auslief. Oberhalb des Doppelbodens bestand das Tragwerk aus Querspanden, die in einem Abstand von 650 Millimetern an den Enden nur 610 Millimetern angeordnet waren. Darüber hinaus waren Rahmenspanden und auch Zwischenspanden im Bereich der Eisverstärkung vorhanden. Auf sämtliches Platten- und Profilmaterial wurden bis zu vier Anstriche aufgetragen. Der Korrosionsschutz für Außenhaut und Anhänge mittels Zinkanoden wurde für anderthalb Jahre im Nordseewasser bemessen. Die Decksbelastung des Wagendecks wurde für einen maximalen Fahrzeugachsdruck von 13,0 Tonnen ausgelegt. Sogenannte Schildkröten wurden als ZUR-Einrichtungen für Fahrzeuge auf das Wagendeck geschweißt. Stützen gab es im Autodeck keine, doch gehörte zum tragenden Verband ein asymmetrisch angeordneter Längsschacht, in dem unter anderem Treppenhäuser und Schächte für die Motoren untergebracht waren. Der Vorsteven des Neubaus wurde einschließlich des Wulzbugs um eine Vollrundstahlschiene gebaut, die bis zum Wagendeck reichte. Darüber schloss sich eine Plattenprofilkonstruktion an. Die Ruderstäven entstanden aus Elektrostahlguss, die Stävenrohre waren diegeelastisch und bestanden aus starkwandigen Stahlblechen. Die Schlingerkiele hatten eine Höhe von 385 mm und waren auf eine Stahldopplung der Außenhaut geschweißt. Schließlich seien noch die Deckshäuser genannt, die in geschweißter Stahlkonstruktion mit gewölbten Deckhausfrontpartien gebaut wurden. Und wer es ganz genau wissen will, der Schornstein wurde aus 5 mm starkem Stahlblech erbaut. Als Steuereinrichtungen erhielt das neue Schiff zwei Halbschweberuder mit einem Flächenanteil von 2,35% am Unterwasser-Lateralplan, die sich zu beiden Seiten jeweils 35 Grad schwenken ließen. Angetrieben wurden die synchron laufenden Ruder elektrohydraulisch. Installiert wurde zwecks Schlingerdämpfung auch eine Flossenstabilisierungsanlage von AEG Danny Brown, die über 4,2 Quadratmeter Flossenfläche, eine maximale Flossenbelastung von 29 Tonnen und einen maximalen Anstellwinkel von 20 Grad verfügte. Die stärkste Reduktion der Rollwinkel, in diesem Falle Rollwinkel von 30 Grad hin zu lediglich 3 Grad, erreichte das System zwischen 18 und 22 Knoten Schiffsgeschwindigkeit. Die automatisch arbeitende Anlage hatte eine Aufschaltung von der Fahrtmessanlage. Bei auftretender Störung an einer Flosseneinheit wurde die betreffende abgeschaltet, während die andere in Betrieb blieb und immerhin noch eine Dämpfungsleistung von ca. 66% Rollreduzierung erreichen konnte. Die Bedienung erfolgte von der Brücke aus. Die Rettungseinrichtungen umfassten insgesamt sechs Motorrettungsboote, 20 aussetzbare und zwölf auswerfbare Rettungsflöße mit einer Gesamtkapazität von 1.252 Personen. Hinzu kamen drei Festkörperflöße für je 20 Personen sowie eine ausreichende Anzahl von Rettungsringen und Rettungswesten. Insgesamt war das Schiff laut Fahrgastzertifikat für maximal 1.200 Passagiere zugelassen. Weitere wichtige Einrichtungen aus dem Bereich Sicherheit waren eine Schottenschließanlage mit 13 wasserdichten Horizontalschiebetüren, die elektrohydraulisch von der Brücke aus bzw. handhydraulisch vor Ort bedient werden konnten. Über das gesamte Fährschiff verteilt befanden sich zentral von der Brücke auslösbare Feuerschutztüren mit Isolierkernen. Im gesamten Maschinenbereich fand eine CO2-Feuerlöschanlage Einbau, während man für den Verkaufsstand auf dem Kabinendeck eine Sprinkleranlage wählte und eine Sprühflutanlage für das Wagendeck. Eine Rauch- und Feuermeldeanlage mit 40 Schleifen und einem Anzeigetableau auf der Brücke ließ sich beim Brandschutz finden, ebenso natürlich eine dem damaligen Stand entsprechende Brandschutzausrüstung mit Pressluftatmern, Hitzeschutzanzügen, Rauchhelmen sowie diversen Feuerlöschern mit Pulver- bzw. CO2-Füllungen und Feuerlöschläuchen mit Mehrzweckstrahlrohren. Die Passagiereinrichtungen waren im Stil der 1970er Jahre gehalten. Im vorderen Zwischendeck befanden sich vier Personenkabinen mit festen Unter- und klappbaren Oberkojen. Im hinteren Zwischendeckstall gab es auch Schlafsäle im Jugendherbergstil. Oberhalb des Wagendecks gab es ein ganzes Kabinendeck, dessen Kabinen eigene Bäder mit Dusche, Waschbecken und WC hatten. Dazu je ein kombiniertes Schlafsofa, Klappbetten, Tisch, Polsterhocker, Garderobe und Kofferablage. Es ging jedoch noch komfortabler, denn die neue Prinz Hamlet verfügte auch über einen Deluxe-Kabinenbereich auf dem Bootsdeck. Dazu kam noch eine Suite mit Entree, Wohnraum, Schlafraum und Bad. Ebenfalls auf dem Kabinendeck befanden sich eine Kabinendeck-Eingangshalle mit Informationsstand, Passbüro, Telefonbox, Gepäckraum, Lift, Untersuchungsraum und Krankenräumen. Das darüberliegende Restaurantdeck verwöhnte die Gäste mit einem Restaurant, Bar, Einkaufsladen, Cafeteria, Kinderspielraum, Mutter- und Kindraum sowie Sanitärräumen, während das wiederum darüberliegende Bootsdeck noch eine Diskothek, Tanzbar, Sonnendecks und Kiosk gebot. Das Bordnetz bestand aus einer 440 Volt und 60 Hertz Drehstromanlage. Der Strom wurde durch drei Dieselgeneratoraggregate in schwingelastischer Aufstellung erzeugt. Die Hilfsmotoren von Stork Werksbohr SWD waren einfach wirkende 9-Zylinder-Viertakt-Dieselmotoren mit Aufladung und Ladeluftkühlung. Die Antriebsanlage bestand aus vier 6-Zylinder-Hauptmaschinen von SWD. Das waren nicht umsteuerbare mittelschnell laufende Viertakt-Dieselmotoren mit Aufladung und Ladeluftkühlung mit insgesamt 16.000 PS. Diverse Sicherheitseinrichtungen sorgten für Motorstopp bei Ölnebelbildung im Kurbelraum über Drehzahl und Drehzahlreduzierung auf ein Minimum bei zu geringem Schmieröldruck, zu geringem Kühlwasserdurchlauf sowie Ausfall der Steuerluft. Die Motoren arbeiteten paarweise über elastische schaltbare Wellenkupplungen auf zwei Doppeluntersetzungsgetriebe von Lohmann und Stolterfoth. Hohlgebohrte Zwischenwellen trugen die Druckölgehäuse der Propeller-Verstelleinheiten. Es schlossen sich die Propellerwellen an. Diese liefen in schwingelastischen Stefenrohren. Hinter den Simplex-Stefenrohrabdichtungen saßen die Propeller-Naben mit den vierflügeligen, verstellbaren Chrom-Nickelstahl-Gusspropellern von 3,25 m Durchmesser. Die Verstellpropelleranlage wurde von Camewa geliefert. Steuern ließ sich die Anlage pneumatisch von zwei Brücken-Nocken-Fahrständen aus bzw. vom Maschinenkontrollraum-Fahrstand. Der Brücken-Hauptfahrstand hatte je einen Kombinator für selbsttätiges Regulieren des Steigungs-Drehzahl-Verhältnisses entsprechend der Motoren-Kennlinie. Eine elektronische Lastregelung diente zur automatischen Konstanthaltung einer vorgegebenen Motorlast durch Änderung der Propellersteigung. Zur Erhöhung der Manövriereigenschaften wurde ein Festpropeller-Bugstrahlruder von O&K Tornado in Drei-Stufen-Schaltung eingebaut, das mit einer Leistung von 1.000 PS einen Schub von rund 11 Tonnen erzeugen konnte. Auf der Brücke standen diverse der damaligen Zeit entsprechende Navigationsanlagen zur Verfügung, zum Beispiel eine vollelektronische Selbststeueranlage und Kreisel-Mutterkompass, eine Funkpeilanlage, zwei Decker-Radaranlagen, ein Decker-Navigator sowie Fahrtmessanlage und Echolot. Das Brückenpult war zweigeteilt und hatte zwei Nockensteuerstände. Be- und Entladung erfolgten durch ein hydraulisches Hecktor, das auch über eine Brecheinrichtung für den Fall der Vereisung verfügte. Die nutzbare Fahrbahnbreite betrug 4,97 m. Die Schließzeit des Tores betrug ca. 60 bis 70 Sekunden. Um die Fahrzeugkapazität zu vergrößern, wurden im Bereich des Längsschachts beiderseits Hängedecks eingebaut, die senkrecht unter die Decke in Staustellung gezogen wurden. Jeweils fünf unabhängig fahrbare Sektionen, von denen die Enden als Rampen ausgebildet waren, waren über das Autodeck verteilt. Mit diesem System ließen sich verschiedene Kombinationen fahren, da es auf der Backbautseite eine freie Spur gab und die Stellflächen vor und hinter dem Schacht eine kombinierte Beladung mit LKWs, Trailern und PKWs erlaubten, eben je nachdem, wie sie saisonbedingt anfiel. Nach sechs Monaten auf der Werfthelling und danach noch viereinhalbmonatiger Ausrüstungsphase wurde der Neubau am 8. November 1973 an die Fährschiffgesellschaft Prinz Malcolm Kröger, Dr. Prüßmann & Co., verwaltet durch die Hadag Seetouristik und Fährdienst AG Hamburg abgeliefert. Es folgten einige interessante Marketingaktionen, die von den Hamburgern wohlwollend aufgenommen wurden. So gab es eine Art offenes Schiff und lockte Zehntausende Hamburger an. Außerdem verteilte ein an einem Hubschrauber hängender Fassadenkletterer 5000 Reisegutscheine über den St. Pauli-Landungsbrücken, von wo aus die England-Fähre regulär nach Harwich in See stach. Eine Ballnacht mit 1000 Ehrengästen fand statt und die Versteigerung einer Kapitänsuniform brachte 15.000 D-Mark ein. Nicht zu vergessen sei auch, dass die damals sehr populäre Fernsehsendung Schaubude das neue Fährschiff am 10. November 1973 in ihrem Mittelpunkt hatte. Nach all diesen aufmerksamkeitsstiftenden Veranstaltungen wurde die Prinz Hamlet am 12. November 1973 auf der Strecke Hamburg-Harwich in Dienst gestellt. Gleich bei seiner Jungfernreise wurde das Schiff auf eine harte Probe gestellt. Bei schwerstem Wetter mit Orkanböen bewährte sich dieser Neubau vortrefflich, wie zeitgenössischen Quellen zu entnehmen ist. Passagiere sprachen allerdings ganz unbescheiden von der Hölle, die ab ca. 4 Uhr morgens auf der Nordsee über die Fähre hereinbrach. Das Schiff arbeitete furchterregend, sagte einer der Reiseteilnehmer später und bedauerte offenbar, es nicht doch besser bei der Ballnacht belassen zu haben. Zum kalten Buffet am Abend erschienen jedenfalls nur knappe 50 der 250 Premieren-Gäste. Man kann nur spekulieren, warum sie gänzlich auf die ausgewählten schönen Speisen auf der neuen Prinz Hamlet verzichteten. Das war der JustFairies-Podcast über den Bau der Prinz Hamlet. Möchten Sie mehr über Fährschiffe erfahren? So besuchen Sie doch justferries.de und schauen Sie doch auch an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.